zu einem erneuten live commentary ich werde das wahrscheinlich alles so ein bisschen zusammenschneiden ich weiß die letzten wochen ich weiß gar nicht wie lange es kam leider keine videos war einfach weil ich angefangen habe meine ausbildung zu machen und nebenher immer noch abends oben unter dem dach umbau also ich baue mir da gerade eine heißige schrotflinte ich baue da gerade ein bisschen um da werde ich dann ein neues größeres zimmer bekommen auf jeden fall cool darum und deswegen habe ich eigentlich relativ wenig zeit das ist so ein problem allerdings werde ich versuchen jetzt wieder kontinuierliche videos zu bringen gucken wir verstecken uns kurz hier nein man klau doch nicht meinen killmann wird auf jeden fall wieder mit meinem bruder kommen das kann ich auf jeden fall jetzt schon mal sagen ja wieder richtig bock drauf das war knapp auf jeden fall wieder richtig bock drauf ich bin gerade ein bisschen konzentriert wie viele punkte war einer h2 kills sauber schön das macht richtig bock und shell shock wenn ich das und ich weiß nicht ob ich schon gesagt habe wird auf jeden fall auch wieder kommen freue ich mich auch schon wieder richtig drauf skrupellos woher schon richtig herz klopfen nein nein schade das war theoretisch richtig unnötig weil das hätte ich locker ich war geflasht hey warum stehe ich auch bei denen direkt ins spawn rum ich weiß nicht warum die kommen hier wieder überall ok jetzt verkack ich jetzt konzentriere ich mich mal wieder ein bisschen ja was kann ich noch so sagen vielleicht kommt mal ein video so vom umbau wenn ihr bock drauf habt schreibt es in die kommentare kann ich dann was drehen es wird auch demnächst noch ein vlog von den sommerferien kommen wo ich einfach so ein bisschen gefilmt habe wir waren da auf dem boot und haben uns ein boot gemietet da kann ich euch dann auch ein bisschen was zu zeigen ja das ist so der plan für die nächste zeit auch schon wieder dieses dumme donnerkrollen wer zwei noobs einen controller zwei gesehen habt der versteht das warum ich mich so aufreg kann ich euch auch kurz einblenden glaubt er der splint so jetzt waren hier zwei stück ja ich habe angst dass ich jetzt noch ein bisschen verkackt deswegen komm raus komm 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 das war meiner hat mir noch fast gesnackt hier sorry bro alles komm lass bisschen offensiver reingehen ich habe keine drohne mehr nein ja komm ist noch ein guter score sag ich den heiligen zehnten kill nicht habe äh tot easy 27.6 ich denke es war auf jeden Fall ziemlich gut ich hoffe euch hat es gefallen die map die liegt mir allgemein relativ gut und dann kann ich nur sagen 3 2 1 tschau tschau Bis zum nächsten Mal.